Weißt du, das ist schon mal aufgefallen, dass hier der Timer und da Schrift zur Erkenntnis ist? Guck mal. Oh ja. Ach so, lol. Ne, das ist mir noch nie aufgefallen. Ne, mir auch nicht. Alright, ich starte den ersten Blick auf die deutsche Seite. Ihr könnt das auf der Karte sehen. Oh ja, das ist sauer. Warte, willst du spawnen neu? Ich überleg grad wegen Fernglas und wegen... Ja, ich hab halt immer noch die MP, ne. Ich mach das schon. Ja, dann mach das mal. Ich lauf von der Fop runter. Oh, was hast du für ein Messer, alter? Das ist eine Machete. LOL. Das ist ja eine Machete, das Ding. Das ist ja eine Machete. Das ist ja eine Machete, das Ding. Das ist ja eine Machete. Das ist ja eine Machete, das Ding. Das ist ein Bayonett, das ich nicht auf die Chopscha machen kann. Alter. Okay, das tut mir leid, aber... Ich mach's schnell. Der Tiger hat ja einen Spaß seines Lebens und wir machen ja Macheten. Ne, ich hab' Schuss. Das ist ziemlich schwer. Ziemlich schwer. Wo hat der jetzt hier draufgepackt? Sind wir uns? Ne, ist der Lodschi von uns, oder? Äh, ist das deutsch? Das ist deutsch? Ja, was ist das? Was hast du gesehen? Ja, ja, ja. Alles gut. Bleib zu stehen. Der Panzer ist neu markiert. Ich hab' den, ich hab' den Schutz. Ja, da ist ein Pio links. Ja, ja, ja. Kann sein, dass ich ihn hab. Seid, dass er das neu überlebt hat. Fahr' mal gerade zurück. Ne, leck' noch! Jetzt ist er! Was? Oh, da ist noch einer irgendwo. Fahr' mal schnell weg. Der besser ist. Unser Panzer steht da jetzt dran, oder? Der ist jetzt geplatzt, unser Panzer. Natürlich bitter. Ich hör' ihn. Okay, krass. Oh ne. Können wir nach Sound fahren? Wenn wir nach Sound fahren können, dreh' ich jetzt mit'n Arsch ein. Mhm. Müsste mir aber ganz genau sagen, wie. Okay. Jo. Slow. Ja, fahr' mal weiter, 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 genau. Bisschen eindrehen nach, äh... Boah, das ist ja voll schwer, jetzt muss ich ja überhaupt denken. Äh, auf 5 Uhr eindrehen. Ja, genau. Wenn er jetzt hier hochkommt... ...wirst du dich hinkriegen. Kannst du da so schießen? Ich hoffe. Oh ja. Geh' mal kurz aufs Dach von der Kache. Ich glaub' der Hügel ist zu... groß. Ja, da ist dahinter irgendwo. Oh ja. Ich fahr' weg. Ich fahr' weg. Ich fahr' weg. Da ist er ungefähr hinter uns. Der sieht uns nicht mehr, sieht uns nicht mehr. Alles gut. Ich hab' mich zerstört. Nice. Alter, das Ding geht hier voll ab. Aber ich glaub' die können doch lösch'n. Uh. Der hat auf jeden Fall gebrannt. Ja, es hat sich aber schon gelohnt. Lösch'n ist nicht immer so einfach. Äh, hoffentlich kommt der jetzt hier. Was ist denn da? Pazard, ist das das Wrack vom Pazard? Ja. Uh, da ist der Platz. Jo. Ist kaputt. Ist wieder einer. Ah ja. Und noch einer. Links aus dem Busch. Ja, muss. Oh, er lädt aber relativ lange nach. Oh. Ist was weggeplatzt. Aber gar nicht das MG-Typ, sondern links davon ist noch einer geplatzt. Loll. Der andere ist jetzt dort dahinter. Jo, ich glaub' den hast du. Ich schieß' mal den Busch. Die kommen da irgendwo. Ja. Da kommen die irgendwo. Was ist das jetzt für ein MG, das der schießt? Was könnte er pannen? Das hört sich jetzt nicht nach Panzer an. Gieß' doch PAHL mal rein. Vielleicht platzt da ein MSP. Wer weiß. Oder ne Fop. Wär auch möglich. Machi. Da ist wieder einer. Ui. Hä? Fop. Muss ne Fop sein. Wahrscheinlich. Kann man halt lange schießen, ne? Ja, mit dem Ding. Ist ganz nett, dass der Unfall doch he spawned. Bei uns. Aber die Fop kriegen wir nicht down. Da ist wieder einer rechtsabkommen. Oh Gott, jetzt hab ich daneben geschossen. Lol. Boah, alle guten Dinge sind zwei. Oh Gott, jetzt hab ich daneben geschossen. Da muss. Da muss. Da muss der. Ja, ich seh ihn vor uns. Okay. Ich seh ihn. Jetzt hat er, äh, da ist jetzt ein Busch dazwischen. Warte. Busch dazwischen? Muss man jetzt sagen, wie viel ich links muss. Puh. Auch da ist er. Links, links, links. Jetzt hab ich Busch dazwischen. Links, 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 links. Weiter runter. Den Berg runter. Links, links, links. Weiter links, links, links. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Und jetzt rechts eindrehen. Stopp. Scheiße. Bisschen zuvor. Bisschen zuvor. Jo. Einfach vorsetzen. Stopp. Ist ein Wack. Was ist ein Wack? Wahrlich? Was ist ein Wack? Scheiße. Aber es war gut. Das ist ein Deutscher. Wir fahren dran vorbei. Äh, links. Links im Busch. Ich seh ihn nicht. Ich steig aus. Da muss er drinnen liegen. Da ist er doch vor der Fop. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich kann ihn. Ja, er ist tot. Ha. Lol. Das könnte ein Feinpanzer gewesen sein von der Richtung, oder? Ja. Ich kann's sicher. Battlen sich, ja. Da müssen wir halt ranfahren, wenn wir was sehen wollen. Ja, ja. Einfach rein. Scheiße, geil. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Direkt vor uns. Okay. Dreh dich ein. Kannst du Attack Mark sehen? Ja, ja. Oh, 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 ja. Da müssen wir hinterherfahren. Oh, ja. Da fährt er drunter, den Berg. Oh, ja. Ich geh mal so lange in den Beifahrer. Hm. Halt mal die Augen mit auf. Da ist drauf. Du kannst auch so. Ne? Hä? Drück mal Q. Achso. Ja, lol. So, wir fahren jetzt ein bisschen MSP. Machen wir gleich. Hast den Panzer. Ja, ja. Gerade der Kanone. Jo. Oh, ja. Da fährt gerade runter. Reicht's? Da ist noch ein Panzer. Da ist noch ein Panzer irgendwo. Oh, ja. Stopp. 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 Okay, Panzer 2. Komm bitte, bitte. Treff. Oh, ja. Es sind zwei. Wirklich. Jo, Turm kannst weg. Der brennt. Der andere ist weiter rechts. Aber wir gehen das. Ja, lass das MSP jetzt knacken. Die Crew ist ausgestiegen. Wir müssen hier weg. Jo, mach das MSP. Ich fahr einfach dran vorbei. Ja, ich fahre auf die Hälte. Von welcher Seite der Objektivierung. Das MSP. Ach da. Woll. Hört der aus. Ja, mein Name du. Hält der auch aus. Ne. Der ist doch nicht normal. Ne. Hey. Scheiße, die Infanterie kommt gleich vom Panzer. Oh, das war der Panzer zu. Gibt's doch nicht. Los. Ne, ich kann's nicht zerstören. Willi? Ja, was ich mache. Ja. Jetzt. 50 ist dafür ist der MSP. Halleluja. Oh, da steht noch ne Pack. Keiner weggemacht. Oh. Der ist ein bisschen mit erwischt. Ja. Ja. Ups. Das ist man-made. Oh mein Gott. Ist da noch ne Panzer? Da muss man aktiv sein. Okay. Warte mal. Ja. Ja. Unser Panzer oder nicht? Ne. Hier. Wir fahren. Wir fahren vorbei. 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 Okay. Uh. Oh ja. Hä, da liegt da auch noch ein Panzer aufm... Hä, liegt da aufm Rücken? Hä, liegt da aufm Rücken? Der schießt auf uns, das ist 38T gefahren. Das ist ein Weidpanzer. Scheiße. Und rechts noch einer. Links noch einer irgendwo. Hä? Lass mal hoch aufs Feld. Enemy-Farb-Army. Enemy-Farb-Army. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Jetzt sch- Ne, der schießt doch einer. Dings. Dings schießt einer. Und der Main-Base schießt einer. Ja, so kann er uns nicht sehen. Stopp. Make sure to tell you guys to stay away from the enemy main. Er kommt. Oh, er ist weiter rechts. Wir fahren aufs Dach. Enemy-Rally. Very close to the point. Heben uns die Infanterie. Schleck mich aber nicht. Okay. Can I get a bomb on that farm? Dann spawren die hier. That is marked. Hast du noch Schusswinkel drauf, ne? Aber ich seh ihn auch nicht vom Dach. Hm? Dann ist, ist das... Ja, da muss er sein. Der muss da irgendwo sein. Aber... Wir können's anfahren zur Not. Commander, die heavy-Bomb. Noch weiter rechts hat noch was geschossen. Ja. Da 8-8. Und ganz rechts. Aber möglich. Jetzt wird er wieder. Er wird leiser. Ja. Nee, doch nicht. Das ist vorne. Bot, 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 bot. Beziehungs, Frau Linken ist Infanterie. Ach komm. Ihr fährt jetzt bei uns vorbei. Wenn wir jetzt zurücksetzen. Ah. Jo, ich schon. Ah, ich seh ihn. Er qualmt da links. Oder? Nee. Jesus Christ. Ja, 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 ja. Versuch mich zu leiden. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn noch nicht. Da ist er! Stopp! Wo ist er denn? Ach da hinten. Alles gut, alles gut. Jo, super. Kann der noch drehen? Panzer-38 A1. Oh, look. Schnellers gucken aufschießen. Hi. Nein. Wir müssen hier weg. Oh. Oh, hier ist ja. Da ist ein Fub da auch. Die Fub ist falsch. Oh, hier ist direkt.